Huiiii, nix passiert, viel Spaß. Ah, hallo, du bist endlich da. Komm näher. Nein, noch näher. So nah auch wieder nicht. Gut, was erwartet dich hier? Ich zeige es dir. Runter mit dir, Katze. Miau. Film ab. Klappt ja gut. Na, geht doch. Hallo, auf dem Kanal vom Nerdy kannst du folgende Sachen, äh, Videos finden. Als Fundament dienen die Animationen, welche dann als Witz, Sprichwort oder Sketch angeboten werden. Natürlich möchte der Chef auch Beispiele abspielen lassen, von daher habe ich im Archiv nachgesehen. und folgende Werke entdeckt. Viel Spaß damit. Ist das dein Rauchmelder, der da piept? Nein, meine Küche versucht rückwärts einzuparken. Bäh. Mein Apfel, wieso passiert mir das immer? Ein Witwer sitzt einsam am Kamin. Da erscheint ihm plötzlich ein furchterregendes Gespenst, das ihm erklärt, Huuuuhu, ich komme im Auftrag deiner verstorbenen Frau. Ich soll von nun an in deinem Haus sputen. Der Witwer antwortet, Naja, Hauptsache meine Alte taucht hier nicht selbst auf. Huuuuhu. Der Nerdy bietet noch viel mehr. Schaue dich unbedingt auf den Kanal um. Danke für die Zusammenfassung, lieber Elton. Also, werter Zuschauer, ich hoffe, ich darf dich in Zukunft häufiger auf meinen Kanal begrüßen. In diesem Sinne, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.